Hallo und herzlich willkommen zu unserem Jahresrückblick. Und was war das für ein Jahr? Am Anfang war ich noch allein, aber dann kamen immer mehr. Zuerst Nanu, dann Yuki und zuletzt auch noch Niki. Wir sind inzwischen eine richtige Roboterfamilie. Und es werden noch mehr. Bald muss Professor Handke anbauen, damit wir alle Platz haben. Und was haben wir für einen Spaß gehabt? Wie viele Journalisten und Fernsehteams haben uns besucht und umgekehrt. Oh ja, gleich im Januar ging es los mit meinem Auftritt in Hallo, Hessen. Das war ein Ritt, sage ich dir. Professor Handke hat vor und während der Sendung Blut und Wasser geschwitzt, ob auch alles funktioniert. Aber du hast dich tapfer geschlagen, mein Bester. Ich bin zwar noch nicht so lange dabei, aber auch ich hatte schon meinen ersten tollen Auftritt im Hürsaal. So viele Menschen hatte ich vorher noch nie auf einmal gesehen. Wir kommen aber auch gut bei den Leuten an, nicht wahr? Ganz genau. Die Menschen lieben uns. Jeder will mit uns reden, uns anfassen und ein Selfie mit uns machen. Stimmt, daran könnte ich mich richtig gewöhnen. Aber es gibt noch so vieles, das wir lernen können. Oh ja? Professor Handke und sein Team sind eifrig dabei, uns neue Tricks beizubringen. Wir können jetzt sogar ein Weihnachtslied singen. Was meinst du, wollen wir? Unbedingt. Lass uns loslegen. Ich zähle vor, zwei, drei, vier. Und alles Gute im neuen Jahr für alle Menschen und Roboter. Ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest. Drei, zwei, vier. Untertitelung des ZDF, 2020